Mein Name ist Stefan Kleine-Kalpel-Lage. Ich komme aus dem Bergischen Land. Ich bin Landwirt und Lohnunternehmer. Und natürlich bin ich auch noch Farmpartner. Urteil für meine Kunden sind die kurzen Wege bzw. der direkte Ansprechpartner vor Ort, durchgehende Erreichbarkeit. Es sind ja nicht nur Kunden, ich sage mal, das sind oft auch eine persönliche Bindung. Von daher läuft es auch sehr viel auf Vertrauensbasis. Meine Lieblingssorte ist Farmodena, weil das einfach ein geiler Mais ist. Die Sorte ist einfach robust, macht einen unheimlich guten Kolben, Energiegehalt ist bombastisch, unkompliziert. Und die passt einfach wunderbar hier in die Gegend. Das ganze Konstrukt, Farmsaat, die Vertriebsorganisation, das ist einfach super. Gerade als Farmpartner, man fliegt dann regen Austausch, wenn es irgendwelche Probleme gibt oder so. Mittlerweile sind dadurch Freundschaften entstanden. Das macht einfach Spaß. AchTA, was Marzux. AchTA, was ist einfach mal. AchTA, was war's. Miriam, Herr implizant. Hatta, was war's.